Review-Zeit, Ladies und Gentlemen und ihr Witcher-Fans, herzlich willkommen zurück bei Dark Schneider Reviews. Ich hatte es euch ja schon gesagt, bei meiner Geralt von Riva Figuren Review, dass der gute Geralt nicht alleine in meiner Sammlung angekommen ist. Nein, ich habe aus The Witcher 3 Wild Hunt noch Yenneva von Wengerberg mit am Start. Yenne gehört einfach für mich bei Witcher dazu, genauso wie Triss und Ciri. Und ja, ich habe euch gesagt, Geralt darf nicht alleine sein. Eine sehr schöne Figur auf jeden Fall. An dieser Stelle nochmal ein Grüßchen raus an Wolfie, der durch seinen Stream oder durch den Stream, wo er seine Sammlung vorgestellt hat, mich auf diese Figuren erst aufmerksam gemacht hat. Ich finde die wirklich ganz, ganz toll. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Yenneva kommt in einer schwarzen The Witcher 3 Verpackung daher. Das Ganze ist natürlich hier von den Dark Horse Deluxe Studios. Ihr seht da unten nochmal CD Projekt Red steht hier. Yenneva of Wengerberg steht hier. Serie 2 Alternative Look. Ja, das ist so gesehen die Zweituniform von Yenne. Die finde ich tatsächlich aber irgendwie noch ein bisschen hübscher als die normale Standarduniform. Und deswegen ist diese Yenneva in meiner Sammlung gelandet. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Verpackung angucken, dann haben wir als erstes natürlich auf der rechten Seite, auf der, ja, einen schönen Einblick auf das Spiele Witcher Logo der Wolf. Also das ist aus einem Medaillon. Das sieht sehr gut aus. Und auf der anderen Seite ein schöner Blick auf die Figur selbst, auf die gute Yenne. Das sieht sehr gut aus. Der Prototyp sieht schon sehr gut aus. Und auf der Rückseite, liebe Leute, vielleicht auch für euch interessant, noch ein Blick auf andere Figuren aus der Witcher-Reihe. Fast alles aber hier Alternativkostüme von Geralt. Hier unten ist zum Beispiel Ciri noch am Start. Das finde ich sehr gut. Der Charakter ist aus der Erweiterung Barted Hearts of Stone. Das ist der Vampir, mit dem Geralt unterwegs ist. Also das ist ein guter. Sieht auch sehr gut aus. Im Grunde genommen wirklich alles sehr, sehr starke Figuren. Also wenn ihr auf The Witcher 3 steht, auf das Spiel und die Figuren gut findet, dann, wie gesagt, schnappt sie euch. Sie sind wirklich sehr, sehr gut. Aber lasst uns zu Yenneva kommen. Tja, und da ist sie. Yenneva sieht wirklich sehr schön aus. Die Details, die Dark Horse hier rein macht, die finde ich persönlich wirklich sehr, sehr stark. Für alle, die jetzt da auch noch keine Ahnung von haben, diese Figuren sind mit dieser Base ungefähr 25 Zentimeter hoch. Also das ist schon eine schöne Größe, um sie dann halt irgendwo zu displayen in einer Vitrine oder irgendwo auf dem Regal oder vielleicht sogar am PC, wenn ihr da wirklich Witcher-Fan seid und da ein bisschen was zu einem Spiel hinstellen wollt. Also wirklich sehr, sehr toll gemacht. Schaut sie euch an. Einmal hier komplett für euch 360 Grad, ein kleiner Einblick. Sehr gut gemacht. Auch dieser Alternativ-Look ist wirklich schön umgesetzt. Das gefällt mir sehr gut. Ist sogar gut geweathert hier auf der Rückseite. Sehen wir aber uns gleich nochmal alles genau in den Details an. Ich finde diese Federn hier ringsherum übrigens um Yennevas Outfits sehr stark. So eine Art Rabenfedern. Die Raben sind ja sehr wichtig für Yenne. Damit zaubert sie auch viel. Da gibt es auch eine wirklich sehr, sehr coole Zwischensequenz oder CGI-Sequenz aus dem Spiel damals, wo sie dann halt auch sich mit Raben gegen, ich glaube, die Nilfgaarder wehrt. Fand ich wirklich auch sehr stark. Also schön gemacht. Sie hat eine relativ schlichte, normale Pose. Also sie steht relativ normal. Stülpt sich hier auf der Seite so ein bisschen ihren Handschuh über. Ihr seht das auch, dass sie ihn dann hier so ein bisschen festzieht. Das sieht wirklich alles sehr, sehr gut aus. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Nahaufnahme. Dann zeige ich euch Yenneva mal direkt in ihrer ganzen Schönheit wirklich ganz toll umgesetzt. Wirklich gut gemacht. Also ich muss sagen, für die Figurengröße wirklich sehr, sehr nice. Wie gesagt, diese Figuren erinnern mich immer so ein bisschen an Figuren, die bei Spiele-Collectors-Editionen mit dabei sind. Also so ungefähr so die gleiche Art und Weise. Und ich finde, das macht Dark Horse hier wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Ihr könnt unter anderem sogar noch ihren kleinen Schönheitsfleck hier erkennen. Das haben sie nice gemacht. Die Augen sind nicht in lila, falls ihr euch das fragt. Denn ich glaube, Yenne hatte das im Spiel auch gar nicht. Muss ich aber nochmal genauer hingucken, weil ich bin momentan nur auf Serien-Hype gewesen. Staffel 2 war schon wirklich sehr, sehr cool. Aber hier, das ist Yenneva so, wie ich sie mag, so wie ich sie kenne, so wie ich sie am besten finde. So soll sie aussehen. Schön gemacht auf jeden Fall. Ich bin so gespannt auf Witcher 4, wann wir das sehen werden. Ich bin so gespannt, aber auch natürlich auf das Netflix Witcher DLC, was angeblich kommen soll. Gucken wir uns aber nochmal, bevor ich ausschweife, weiter die Details an. Und jetzt seht ihr das hier nochmal ganz schön, wie sie dann halt ihren Handschuh hier versucht halt so festzuziehen. Wirklich eine sehr, sehr schöne, schlichte Pose. Schöne Details auch hier dran mit den ganzen Verzierungen hier. Diese ganzen Laschen und alles. Das sieht sehr nice aus. Aber auch hier dieses, das sieht eher aus wie so Stitching. Aber das sind verschiedene Runenschrift-Symbole, die dann hier alle komplett drum sind. In einem Silberton gehalten. Das gefällt mir. Sie trägt ein braunes Korsett. Das könnt ihr erkennen, das ist hier so ein bisschen zusammengeschnürt. Da drüber dann nochmal einen normalen schwarzen Gürtel. Das sieht auch sehr nice aus. Auf der Rückseite, da seht ihr das auch nochmal hier da, das Korsett. Das haben sie auch nice gemacht. Auch die Federn, wie gesagt. Schöne Farbgebung, so ein bisschen in Blau und Grün. Das schimmert sogar so ein bisschen. Also das ist auch sehr nice umgesetzt worden. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer gehen, auch da gibt es nochmal mehr zu erkennen. Auch hier nochmal so ein schöner Gurt, der hier auch zusammengelegt wurde dann halt. So ein bisschen zusammengeschnürt. Und hängt hier so ein bisschen runter. Das ist nice gemacht. Besonderes, schönes Detail sind ihre Strümpfe. Die hier wirklich sehr cool gemacht sind. Schöne Details sind hier drin. Das ist raufgedruckt auf den Oberschenkel. Sieht aber wirklich unglaublich cool aus. Also auf den ersten Blick könnte man meinen, das sind wirklich richtige Strümpfe. Aber das ist halt nur ein Druck, der sehr stark ist, sehr scharf ist, sehr gut aussieht. Selbst die Knieschützer, die wir hier bei Yen sehen, haben coole Details abgekriegt. Das ist natürlich irgendwie aus Metall soll das sein. Es ist in eine Art Goldton gehalten. Darunter ist aber alles so ein bisschen bläulich. Das sieht auch sehr schön aus. Und die Stiefel natürlich auch sehr, sehr cool. Sehr sexy by the way. Also ich mag sowas sehr. Diese bräunlichen Stiefel mit schönen Verschnürungen. Dann hier mit den Absätzen und alles. Das haben die auch wirklich ganz toll umgesetzt. Schöne kleine Figur. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Tolle Yennefer. Und natürlich, sie steht auf dem Standard Witcher-Standy. Also auch da wieder diese Oberfläche ist gemacht wie der Wolfs-Anhänger von Geralt. Das sieht sehr nice aus. Es ist ein bisschen Variation auf jeden Fall drin, wenn es um die ganzen Scratches und Markierungen geht. Bei Geralt sieht das ähnlich aus, aber bei Yen ist es auch nochmal wieder ein bisschen anders gemacht. So ein bisschen gebürstet hier drüber. Sieht wirklich stark aus. Und für diejenigen unter euch, die das Ganze jetzt nicht kennen, diese Standys, die sind extremst hohl. Diese Figur ist auch sehr leicht. Also fühlt sich jetzt nicht wirklich sehr schwer an. Da habe ich ja auch schon bei Geralt gesagt. Wäre cool gewesen, wenn dieses Standy Base aus ein bisschen dickerem Plastik noch wäre, dass sich hier ein bisschen wertiger das Ganze noch anfühlt. Aber das ist Nitpicking. So oder so ist das wirklich sehr nice gemacht. Steht da eigentlich noch was Interessantes drunter. Da steht nur City, Project Red, The Witcher, Trademark und etc. Also mehr müsst ihr da auch nicht wissen. Das ist Yennefer. Wirklich sehr, sehr schön. Ganz, ganz toll gemacht. Gefällt mir. Jetzt fehlt mir noch Triss und Siri. Aber Siri oder Triss in ihrer normalen Version und Siri auch. Dann wäre ich absolut glücklich. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von diesen Figuren haltet. Und ich hatte euch ja auch bei Geralt gesagt. Es gibt auch Figuren zur Netflix Serie. Wenn euch das mehr interessiert, dann guckt auch da mal rein. Die sind alle nicht unbedingt so teuer. 40, 45 Euro höchstens würde ich dafür ausgeben. Und dann war es das. Aber ich finde, es lohnt sich. Die sind wirklich schön aus und stehen auch wirklich schön in eurer Sammlung. Oder wie gesagt, vielleicht neben PC oder in Vitrine. Tja, mehr kann ich euch zu dieser Schönheit dann auch schon nicht mehr zeigen. Es ist halt eine kleine Figur, eine kleine Statue, sage ich jetzt mal. Da gibt es natürlich auch keine Beweglichkeit. Und auch nicht wie bei Geralt. Der hatte noch einen Alternativkopf. Das gibt es bei Yen jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, das ist völlig okay. Sie ist toll gemacht. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wer auf The Witcher steht, der kann ihr auf jeden Fall getrost zuschlagen. Und ich finde es echt schon fast schade, dass ich viel zu spät drauf gekommen bin, mir diese tollen Figuren einfach mal anzugucken. Weil die sind ja nun schon einige Jahre auf dem Markt. Aber das Coole ist, dass ihr sie fast alle noch irgendwo kriegt. Also da müsst ihr einfach mal die Augen offen halten. Amazon, EMP, ihr müsst einfach mal gucken. Irgendwo werdet ihr auf jeden Fall noch die eine oder andere finden. Achtet da einfach mal drauf. Und wenn sie euch gefallen, dann schnappt sie euch. Ja, mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Das soll es auch schon wieder gewesen sein für dieses kleine Video zu The Witcher 3. Yenne war von Wengerberg in der Alternativversion. Schönes Outfit auf jeden Fall. Ich blende euch jetzt nochmal hier schnell die normale Version ein. Da könnt ihr auch für euch selbst nochmal entscheiden, welche Version gefällt euch besser. Jetzt das Standard-Outfit aus dem Spiel oder das Alternativ-Outfit, was ich euch in diesem Video vorgestellt habe. Leute, ich bin raus. Also danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dennne dann. Und natürlich reingehauen. Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit-Outfit